Ja, meine Co-Trainer werden Attilio sein und Sven, der ja schon hier ist. Attilio hat in letzter Zeit bei Manchester City gearbeitet, vorher bei Sam Dolly, dann Manchester City und dann noch ein bisschen bei Galatasaray. Also er hat sehr gute internationale Erfahrung und er wird mit Sven meine zwei Co-Trainer sein. Und dann habe ich noch einen Torwart-Trainer mitgenommen, Massimo Baratta. Und auch er hat sehr große internationale Erfahrung und hat auch in England gearbeitet, vorher bei Manchester City. Sie sprechen Italienisch und Englisch und Sie werden ab nächster Woche einen Deutschlehrer haben oder Deutschlehrerin. Und sie haben auch die Ambition, sehr schnell Deutsch zu lernen, damit sie auch besser kommunizieren können. Aber ich sehe da kein Problem. Vielen Dank. Vielen Dank.